Ja, einen leider nicht so wunderschönen guten Morgen, aber ich wünsche euch trotzdem einen guten Morgen. Es ist wirklich sehr, sehr krass, was in Deutschland passiert und ich bin hochgradig schockiert. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von einem guten Freund von mir und es wurde mir mitgeteilt, dass das Kompakt-Magazin verboten wurde. Warum das schlimm und schlecht für unsere Demokratie ist und was das für Einflüsse haben wird, also meine persönliche Meinung und alle Informationen, die werde ich euch hier in diesem Video mitteilen, denn ich habe ja auch kurzzeitig für das Kompakt-Magazin gearbeitet und habe die alle persönlich auch kennengelernt. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht auch ein Statement bekomme. Ich denke mal, es wird schwierig gerade jetzt in den Phasen, aber es ist wirklich sehr, sehr krass und ich bin selber jetzt überrascht und schockiert, habe nur kurz was gelesen und wir schauen mal bitte, was da jetzt die Fakten und was die Grundlage sein soll. Ich bin sehr gespannt. Gehen wir rein. Ja, mein Licht streikt jetzt hier auch nämlich am Morgen, deswegen sitze ich hier ein bisschen in der Dunkelheit. Ich habe das einmal auf der Tagesschau gelesen und ich wollte jetzt mit euch mal zusammen schauen, wie die konservative Welt das betrachtet und was die Argumente sein sollen. Ich bin wirklich hochgradig gespannt. Schauen wir rein. Und nun zurück nach Deutschland. Wir haben das am Anfang der Sendung schon mal kurz als Einwählung vermeldet. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat das Kompakt-Magazin und die dazugehörige Videoproduktionsfirma Conspect Film GmbH verboten. Okay, also es geht von Nancy Faeser aus. Wir haben ja Nancy Faesers wirklich totalitären Maßnahmen die letzten Jahre mitbekommen. Ich erinnere nochmal an den Take, dass sie sagte, dass sogar Sachen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze jetzt irgendwie geahndet werden müssen. Die Entwicklung, also ich finde das auch krass, also das Corona-Pandemie war wirklich so ein, ja da wurde ein Gesellschaftsvertrag aufgekündigt. Da hat der Staat auf einmal Dinge getan, die vorher unvorstellbar waren und die natürlich auch nicht gedeckt sind vom Grundgesetz. Und danach sind sie so ein bisschen machtrunken geworden und schlagen jetzt wirklich wüt um sich, weil sie merken ja, ihre Fälle schwimmen. Die Leute kehren sich ab von der Politik und sind in ihrer Verzweiflung, schlagen sie jetzt hart und ungerecht auf jegliche Mediensysteme, Content-Creator, Leute, also Dissidenten, die einfach nichts anderes machen, als den Staat zu kritisieren. Ich meine, ich habe ja einige Sachen auch vom Kompakt-Magazin gesehen, also da waren frühere die Anstalt, was ich früher sehr gerne geguckt habe, Ausgaben um ein wenig, also um einiges schärfer als alles, was ich bei Kompakt gesehen habe. Aber gut, wir leben jetzt in anderen Zeiten. Der Verfassungsschutz hatte das Blatt als gesichert rechtsextrem eingestuft. Ja, und heute Morgen kam es daher auch in Brandenburg, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zu Hausdurchsuchungen wegen der Ermittlungen nach dem Vereinsgesetz, wegen der Verstöße. Kompakt gilt als wichtigstes Strafsprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Zuletzt hat ein Mitarbeiter des Blattes zum Sturz des Regimes aufgehoben. Also, okay, hier, die Immobilie kenne ich, da war ich ja selber als Gast, als ich praktisch da wegen meiner Randstein-Doku war. Aber ich habe die Leute immer, ich habe Jürgen Elsässer nicht persönlich kennengelernt, aber ich habe den Paul kennengelernt und die Mitarbeiter, ich habe die immer als sehr anständige und nette Menschen kennengelernt. Das heißt nicht, dass die nicht irgendwelche, will ich auch nicht ausschließen, irgendetwas gemacht oder gesagt haben, was ich nicht mitbekommen habe. Wir werden jetzt mal abwarten, was jetzt passiert. Aber es ist schon sehr, sehr krass. Also, da müsste jetzt echt wirklich was auskommen. Diese zum Umsturz aufgerufen ist auch etwas hart. Natürlich haben sie immer gesagt, dass wir sozusagen dieses politische System bekämpfen, aber das war niemals mit gewalttätigen Mitteln oder sonst was. Und ja, stürzen bedeutet halt auch, durch Wahlen halt sozusagen zu stürzen. Das war immer mein Verständnis von dem, was sie gesagt haben und nicht, dass sie jetzt aufgerufen haben zu gewalttätigen Umsturz. Aber gut, gebt mir gerne die Information, auch die werde ich hier teilen, auch wenn ich für kompakt gearbeitet habe, wo das bitte, wo bitte kompakt gesagt hat, dass man mit gewalttätigen Mitteln das Regime stürzen möchte. Da bin ich sehr gespannt, was es da bekommt. Und Lennart Fahler aus der Investigativredaktion ist bei uns. Lennart, einen schönen guten Morgen zu dieser frühen Stunde. Also eine große Razzia hat es gegeben, verschiedene Bundesländer dabei betroffen. Dass es nun also das Kompaktmagazin getroffen hat, kommt das überraschend? Also ich würde schon sagen, dass da mit Sicherheit nicht jeder mit gerechnet hat. Das ist natürlich ein spektakulärer Schritt, auch ein nicht ganz unkritischer Schritt. Oha, okay, da bin ich ja wirklich super. Also Welt, das finde ich mutig. Es wird ja auch immer, da können ja heute die ganzen NPCs da draußen und Normies nicht differenzieren. Genauso wie gestern auch in meiner Diskussion mit Polytopia zu sehen. Nur weil man etwas, man kann auch praktisch gegen eine Sache sein. Also man kann zum Beispiel gegen die Inhalte, die jemand verbreitet sein, wie zum Beispiel bei der Haverbeck. Aber trotzdem dafür einstehen, dass diese Person halt sie frei äußern darf. Ja und genauso, das finde ich hier sehr, sehr gut und differenzierter Journalismus. Respekt, hätte ich nicht gedacht, dass sie da wirklich auch so ein Statement machen. Aber gucken wir mal, was weiterkommt. Ihren Haus quasi zu verbieten, da geht Nancy Faeser sicherlich auch ein gewisses Risiko ein. Aus den Sicherheitsbehörden haben wir auch gehört, dass es sich hier um eine sehr erfolgskritische Maßnahme handelt. Also da steht relativ viel auf dem Spiel, weil man kann sich vorstellen, dass das eben in der rechtsextremen Szene auch genutzt werden wird, um gegen das BMI, gegen den Verfassungsschutz zu mobilisieren. Aber offenbar kam man beim BMI zu der Einschätzung, dass dieses Kompakt-Magazin eben so schwerwiegend gegen unsere verfassungsgemäße Ordnung agitiert, dass man das jetzt verbieten sollte. Ja und da sieht man ja, wie weit und wie eng dieser Korridor geworden ist. Also es ist auch einfach eine Lüge, dass irgendwie das Kompakt-Magazin jetzt nur die rechtsextreme Szene hinter sich vereint. Da wird es sicherlich auch welche geben, die Fans sind. Ich würde aber sagen, nach meinen Einschätzungen, alles was ich erfahren habe, dass das eher eine Minderheit ist. Du hast da einfach Regierungskritische. Du hast die meisten, Großteil sind ja eigentlich AfD-Sympathisanten, aber auch impfkritische Leute, einfach auch alte esoterische Esoteriker und so weiter. Das heißt, es ist ein buntes Konglomerat von Leuten, die dieses Magazin verfolgen, dass das jetzt so das Outlet der rechtsextremen sind. Das stimmt einfach nicht. Es ist einfach faktisch falsch. Es ist eine Lüge. Geht jetzt auf den Kompakt-Kanal, solange es ihn noch gibt und guckt in die Kommentare rein und da werdet ihr alles Mögliche finden von irgendwelchen Omas, die früher Grüne waren und so weiter. Ja, also deswegen. Und ihr seht ja, wie verzweifelt sind und wie wenig es braucht. Also wie eng der Korridor geworden ist. Es ist nicht mehr die freiheitliche demokratische Grundordnung, die wir mal hatten. Das wäre vor fünf Jahren nicht möglich gewesen, so eine Aktion. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich werde das auch weiter verfolgen. Ich hoffe, dass es noch, dass irgendwie noch das Verfassungsgericht und sonst was, dass diese Institutionen noch funktionieren und dass denen das richtig um die Ohren fliegt. Ich bin mir sicher, dass sie nichts finden werden bei diesen Leuten. Nichts wirklich Stichhaltiges. Was ist Kompakt eigentlich für ein Magazin? Man spricht immer von einem rechtsextremistischen Sprachrohr, aber was genau wird da veröffentlicht? Also Kompakt gibt es ja 2010, wurde von Jürgen Elsässer gegründet, mitgegründet, der auch als Chefredakteur bis zuletzt auftrat. Elsässer kommt ja klassisch aus der linksradikalen Szene. Eigentlich hat es noch ziemlich für jedes linksradikale Blatt geschrieben, was es in Deutschland gibt. Hat dann aber so Mitte der... Ja, und jetzt ist er auf einmal rechtsradikal. Ja, macht Sinn. Das kennen wir alle. Die Linksradikalen, die auf einmal rechtsradikal werden. Und da müsste man ja schon eigentlich in der Birne oben ein bisschen anfangen zu denken und sagen, Hm, okay. Also das so wirklich... Also Leute, wie viele Leute kennt ihr, die Hardcore aus der einen Ecke in die andere wandern? Oder sind das vielleicht einfach Linke, so Altlinke wie ich, die sehen, dass die Linke praktisch alle ihre Ideale verraten hatte. Die Meinungsfreiheit, Bewegungsfreiheit und was weiß ich alles. Und die dann gesagt haben, Moment mal, was ist denn jetzt hier los? Die Linke, die ja eigentlich immer gegen die Herrschaft war und gegen den Totalerismus, die ist jetzt auf einmal total totalitär geworden. Aha, und wer vertritt denn jetzt die Meinungsfreiheit und sonst was? Oh, das sind ja auf einmal die AfD und die Rechten. Ja, da muss ich wohl das Lager wechseln. Er hat seit 2000er Jahre eine rasante Wendung hingenommen, hin in die rechte Szene und wurde da auch immer aggressiver zuletzt. Also auf dem ersten Kompakt-Magazin 2010 war zum Beispiel noch Thilo Sarrazin zu sehen, der damals schon sein Buch Deutschland schafft sich ab veröffentlicht hatte. Also schon, da ging es schon so in die rechte Richtung, aber er ist so... Okay, da ging es in die rechte Richtung. Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, wo jetzt mittlerweile sogar der Mainstream bestätigt, dass er mit allem, was er da geschrieben, recht hatte. Das ist also jetzt rechts. Das meine ich halt. Der Korridor ist so hardcore nach links gedriftet, dass jegliche Migrationskritik als rechtsextrem gewertet wird. Absolut, absolute Farce. Zuletzt wurde es dann wirklich richtig aggressiv, sage ich mal. Er hat immer wieder auch rassistische und antisemitische Stereotype bedient, hat eben auch zum Sturz des Regimes offen aufgerufen, hat zum Beispiel gesagt, dass er sich Björn Höcke, den AfD-Chef in Thüringen, als Reichskanzler wünschen würde. Hat irgendwie schwadroniert von deutsch-russischen Bataillonen, die zusammen gegen Polen kämpfen sollten. Also es wurde dann... Okay, also diese Aus... da würden mir mal die Quellen, ich gucke mal unter dem Video nach, da wirklich interessieren, dass er gesagt, dass er Regime gesagt hat. Das stimmt, das hat er oft gesagt, das Unrechtsregime und so weiter und so fort. Das ist meiner Meinung nach und muss es auch von der Meinungsfreiheit gedeckelt sein. Aber all diese anderen Aussagen, die kenne ich nicht von ihm und packt mir da gerne die Quellen hier unten rein. Dann wirklich auch kämpferisch am Ende. Nun müssen wir vielleicht auch die Größenordnung mal einordnen, denn ich meine dieses Magazin, das kennt vielleicht der eine oder andere auch nicht, aber die sind eben ja auch sehr aktiv in Social Media, haben diese Videoproduktionsfirma. Wie viele Leute erreichen die denn? Also zur Corona-Hochzeit hat Kompakt selber davon gesprochen, dass man 80.000 Magazine verkauft hat monatlich. Das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Mittlerweile geht man eher von 40.000 aus, aber es gibt eben diese Social Media Kanäle, die jetzt auch von dem Verbot betroffen sind. Videokanäle, Telegram, die komplette Bandbreite. Und insgesamt, sagt Elsässer selber, würde man eine Million Menschen erreichen. Also es ist schon ein sehr reichweitenstarkes... Das sind alles Rechtsextreme, ne? Wir haben also in Deutschland eine Million Rechtsextreme, Leute. Da sollte ja eigentlich schon mal das Denken anfangen, dass das halt irgendwie nicht so ganz zusammenpasst. Also es ist wirklich schockierend. Und das Wetter in Berlin ist auch wieder schockierend, wenn ich das hier sehe. Und da hier angeblich Hochsommer ist. Naja, okay, gut. Das Medium und eben auch ein sehr boulevardeskes Medium. Also das ist anders als jetzt andere Agitatoren der neuen rechten Szene, die ja eher akademisch unterwegs sind. Götz Kubitschek zum Beispiel, SSH, der hat schon verstanden, ein rechtsextremes Boulevardblatt zu machen. Lennart, danke für all diese aktuellen Erklärungen. Und natürlich werden wir weiter über dieses Thema berichten. Das Rechtsextreme Magazin Kompakt ist von der Ministerin Faeser verboten worden. Danke, dass du so früh zu uns ins Studio gekommen bist. Vielen Dank euch. Danke dir. Ja, Freunde, also das ist halt jetzt der Kenntnisstand. Ich bin, ich werde mal gucken. Also ich bin auch wirklich gespannt, wie es jetzt weitergeht, ob ich ein Statement kriege von Paul oder sowas. Ich werde ihn mal anschreiben, aber die haben jetzt natürlich andere Sorgen. Und weiß auch nicht, ob die sich dann bei sowas auch äußern können. Gut, nochmal auch zu meiner Zusammenarbeit. Jetzt fühlen sich natürlich die ganzen Klapskalis da draußen, die da mich gecancelt haben. Also ich würde ja selbst auch gecancelt auf dem Drachenfest, eine der größten deutschen Lab-Veranstaltungen. Unter anderem auch, weil ich fürs Kompakt-Magazin gearbeitet habe. Was heißt, dass ich in unregelmäßigen Abständen satirische Videobeiträge über die unterschiedlichsten Themen gemacht habe. Was ich übrigens auch mal, dann habe ich halt auch für die Junge Freiheit gearbeitet. Dann habe ich auch für, ich weiß gar nicht, wie viele Magazine ich schon geschrieben habe. Aber das interessiert ja nicht. Wenn man Leute mit Dreck beschmeißen möchte, dann kommt das halt an. Also vielleicht, ich bin aber sicherlich auch auf dem Sender. Ist schön, liebe Leute. Ich fliege ja jetzt auch nach Hannover. Ich rechne da fest mit, also ich rechne nicht da fest mit, aber ich schließe natürlich nicht aus, dass da dann schon die Polizei auf mich wartet. Jungs, alles klar, freue ich mich drauf, lernen wir uns mal persönlich kennen, können wir uns mal die Hände schütteln. Ich habe nicht, ich werde, und das verspreche ich euch hier, sobald ich hier sitze, immer für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Und wenn die verletzt wird, und die wird nicht verletzt vom Kompakt-Magazin, liebe Leute, die wird gerade von unserer Regierung verletzt. Es ist eine absolute Farce und genau so ging es in jedem Regime los. Das geht niemals so los. Die Leute sind immer so naiv. Es war genauso wie in der Corona-Pandemie. Yo, heute ist Diktatur, Leute. Sondern guckt mal bitte, was sich die letzte Zeit entwickelt hat. Guckt mal bitte jetzt die Kontosperrung von irgendwelchen Leuten, von CanFM und so weiter, von Multipolar sogar. Einfach ein absolut seriöses Outlet. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich sage euch, guckt euch die alten Folgen der Anstalt an. Guckt euch die alten Sachen von Hagen Reeter, von Volker Pispas an. Alles, was die gesagt haben, das war zehnmal schlimmer als alles, was Kompakt rausgehauen hat. Aber die Regierung ist im Panikmodus. Nancy Faeser ist im Panikmodus. Die merken, dass die Leute keinen Bock mehr auf die Scheiße haben. Und sie beginnen jetzt langsam richtig krasse Fehler zu machen. Die Masken fallen. Sie werden immer totalitärer. Und das merkt irgendwann selbst der letzte Trottel, merkt langsam, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Schaut euch das an. Ihr könnt, geht jetzt noch, der Kanal ist noch da aufs Kompaktmagazin. Schaut euch Videos an. Schaut euch die quer an. Ja, die Einordnung teile ich. Es ist Boulevardesk. Ja, es ist auch manchmal reißerisch. Es ist knallig. Ich kenne kein einziges Video, wo sogenannte, was auch kein Strafparagraf ist, Hass und Hetze verbreitet wird oder sonst was von denen. Ich kenne auch kein Video, wo gegen Ausländer agitiert wird. Es geht immer um die Migration und über diese ganz bestimmte Migration von Leuten, die uns hier in Deutschland effektiv nicht gut getan haben. Ich sage nochmal ein paar der Stats, also die Messerkriminalität, über 50% der Taten sind von Nichtdeutschen begangen, bei einem Bevölkerungsanteil von 14%. Und wir haben hier am Tag zwei Gruppenvergewaltigung mittlerweile. Auch das ist kein deutsches Phänomen. Wenn ihr diese ganzen Fakten lest, lest ihr immer, dass es immer meistens, wenn sowas passiert, halt von jemandem aus Afghanistan und so weiter und so fort ist. Ja, das sind einfach Fakten. Die können einem gefallen, die können einem nicht gefallen, aber die anzusprechen, wenn das jetzt hier ein Verbot ist, ist es wirklich, wirklich wahnsinnig. Ja, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich werde meinen Mund nicht halten, das sage ich hier auch ganz bewusst. Ist mir egal, ob ihr der Verfassungsschutz zuguckt oder nicht. Ich bin bereit, dafür auch bis zum Äußersten zu gehen. Und jetzt, und das sollten bitte auch immer mehr Leute machen. Ich habe nichts zu befürchten, ich habe nichts falsch gemacht. Und bitte habt auch da den Mut aufzustehen, in eurem Kollegenkreis auch darüber zu reden. Denn das ist wirklich hier gerade die Endzeit der Demokratie, wenn sie nicht schon beerdigt ist. Und da müssen wir gegen einstehen. Und zwar auch, wenn ihr links seid, liebe Leute. Das ist ja genau die Diskussion, die ich gestern mit Erwin hatte. Man muss übergeordnet daran einstehen. Und ich meine das ernst, wenn es ein kommunistisches Magazin wäre, ein sozialistisches Magazin. Ich würde hier genau das gleiche Video machen. Es geht mir nicht um Kompakt und ihre Ideologie. Wenn es daran geht, die Pressefreiheit ist eine der wichtigsten Errungenschaften unserer Gesellschaft. Und wenn es der an den Kragen geht, also die Hürden müssen enorm hoch sein. Und egal, wie ihr zu Kompakt steht, liebe Leute, diese Höhe ist bei Kompakt nicht erreicht. Das ist absolut lächerlich. Wir reden hier nicht vom Neonazi-Magazin hoch 10. Guckt euch mal an, was in den 90er oder 2000 alles erlaubt war. Was es da für Magazine gab und so weiter und so fort. Und dann vergleicht das mit Kompakt. Und dann sagt mir, dass wir hier kein Problem mit der Pressefreiheit und der Demokratie haben. Ja Leute, ich halte euch hier auf dem Laufenden. Deswegen das Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Maximilian. Bis dann. Ciao.